Ja, Mo Mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Wir hatten vor einiger Zeit einen Notruf erhalten von Planet Terra 2, von der Siedlung Roseway. Dorthin haben wir uns begeben und festgestellt, Gegner sind zu stark, wir müssen jetzt etwas machen. Wir sind nun seit dieser Folge wieder zurück auf der Groundbreaker und versuchen uns um dieses Problem zu kümmern. Wir haben von einem Schwarzmarkt gehört und dieser wird jetzt gesucht und vielleicht kriegen wir dann eine richtig schöne Waffe. Viel Spaß. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Ich glaube, die hatte wirklich eine legendäre Waffe, ne? Ich glaube, die hatte wirklich eine legendäre Waffe im Inventar. Vielleicht ist es die Waffe, die uns voranbringt in diesem ganzen Szenario momentan. Kommen wir halt nicht weiter. Oh, ich bin am Verdursten. Zu viel gelesen. Scheiße, Mann. Okay, jetzt essen wir noch was. Habe ich nicht einen Milliarde Äpfel mitgenommen? Habe ich. Dann müssen wir gleich noch trinken. Na, gehen wir kurz zum Schwarzmarkt. Vielleicht ist es genau das, was mir jetzt weiterhilft, eine fähige Waffe zu kaufen, die mich durch all diese, ja, Scheiße bringt. Aber hier, ne? Du bist hier der Schwarzmarkt. Habe ich recht? Hallo. Habe du einen Moment, um zu schauen, dass ich dir über die kleine Möglichkeit habe, die ich dir über den Roseway erzählt habe? Du hast nicht aufgerufen. Niemand wird da rauskriegen, bevor du das machen. Die Stimme ist so lächerlich. Ähm. Ah, Udom hat mir gesagt, du hättest es ein offizielles Vorstandssiegel. Kann ich dir das abkaufen? Dependent. Was planst du, mit dem zu tun? Dokumente fälschen, nach Byzantium zu kommen. Was denn sonst? Ich werde es einem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Dokumente fälschen, klar. Siehst du die Lichter? Ich habe eine Show oder zwei gemacht, die infamous Bijou. Es könnte ein Trag sein, wenn du das kinder Ding magst. Haha. Okay, ich werde es dir verkaufen. Aber es wird dir kosten, liebe. Achttausend Bits, ich dreh durch. Was anderes, liebe? Kann ich es günstiger haben? Wie soll ich denn bitte an zehntausend Bits kommen? Das ist ja unverschämt. Wie schrecklich. Ja, was ist Cascadia? Landingpad auf Monarch. Der war ein Wettbewerb. Du brauchst einen Avki, um ihn zu accessieren, also ist er zurückgegangen. Aber es ist auch Kilometer entfernt von Stellar Bay. Und die Monarch Wilds sind nicht genau sicher. Ich werde kein Geld ausgeben. Ich würde es dir erklauen. Hätte ich schwören können, irgendwer hatte hier eine geile Waffe. Mach keine smarten Bewegungen. Ich habe meine Sicht auf dich. Noch getrennt? Was sind das für verdammte Feinde da hinten? Ist doch nichts. Ist immer so komisch. Na gut, wir gucken auf die Karte. Vielleicht finden wir hier irgendwie Schwarzmarkt. Händler. Billy Bells. Die Bar. Promenade. X Armory. Irgendwo ist hier ein Schwarzmarkt. Ich weiß noch nicht wo. Wahrscheinlich gibt mir auch niemand hier eine Info, ne? Gibt es hier irgendwelche zwielichtigen Typen, die mir Infos geben können? Mordet, ja. Bist du der Schwarzmarkt? Bist du der Schwarzmarkt? Okay, was haben wir denn hier so schönes? Ähm... Plasma-Karabiner. Hm. Alles nicht so geil. Korrosion. Was ich aber gerne haben würde, ist diese Waffe. Mann! Geh weg! Ach. Da ist nichts. Wissen Sie, was passiert auf Paralyse? Was denkst du, du dreckiger... Was ich immer will. Ja. Oh, mein Fehler. Ja. Ich wusste, dass dieser Penner mich sehen wird. Ja. Nein. Wurde ich bei der Groundbreaker gesenkt? Ist mir scheißegal. Ich will diese scheiß Waffe haben. Hier so. Ah. Schön. Gib mir mehr Waffen, die ich gebrochen konnte. Tschüss. Maschinengewehr, alles klar. Hallo? Wo komm, wo gehst du denn hin? Vielleicht ein bisschen übertrieben? Oh Gott. Hier sind die der Bär. Wie tief? Jetzt wissen wir, wo die Gegner waren. Ein verschlossener Raum. Wo führst du mich hin? Ist hier der Schwarzmarkt? Äh. Okay. Wieso war ich hier noch nie drin? Geht's hier zum Schwarzmarkt? Ich hasse euch. Da geht's auf jeden Fall runter. Aber ansonsten ist hier nichts weiter. Oh Gott. Ich wollte das Schwarzmarkt. Gibt's den hier überhaupt? Huch. Stoßpistole. Untersuchen. Zerknickte Anweisungen. Zerknickte Anweisungen. Auf die Betten. Auf die Betten. Und zur Rückwand. Müller sagt, wir sollten aufpassen. Sie glaubt uns folge irgendjemand. Naja, typisch leider halt. Aber erstmal darfst du da Aufklärung betreiben. Such nach einem losen Pendel. Klettere hoch. Auf die Betten und zur Rückwand. Warte, warte. Wieso bist du denn hier? Lecker, weiter. Ich checke es nicht auf die Betten. Wollen, was ist das? Wo sind die diese Leila? Von der alle immer reden. Okay. Ominös. Wo zum... Wo bin ich hier? Oh. Okay. Sieht ja zum Glück keiner, wie ich hier rumlaufe. Bitmodul. Schaufel. Waffenteile. Gyroskop. Gerät. Wenn dein Leben zu weit fällt, macht dieser Mod dich kurzzeitig unverwundbar und erhöht deine Regeneration. Dieser Effekt hat ja eine Abklingzeit. Äh, ist noch eine Tür. Wie kommen wir da hoch? Hallo. Geheimnisse der Groundbreaker. Finden wir so vielleicht den Schwarzmarkt? Was zum Fick hast du hier gemacht? Du hast keine Ahnung, wie gut das Luft an der Groundbreaker schmeckt, bis du in einem kleinen Baddorf mit einem überflörenden Toiletten getrunken hast. Gut, still. Ich habe dir einen Gefallen getan, wie willst du dich revanchieren? Ich kann wieder zumachen, wenn du jetzt in einem verdammten Baddorf mit einem verdammten Baddorf mit einem verdammten Baddorf? Ja. Ich kann die Tür auch wieder zumachen. Hey, lass uns nicht heistig sein. Hier. Ich habe ein paar Punkte an mir. Geheimnis. Geheimnis. Und wir vergessen, dass das nie passiert. Ja? Alter, was sind das denn hier für Geheimnisse? Ein Schlaghammer. Jetzt hör mal auf. Hä? Wie sinnbefreit ist das denn? Hat das irgendeinen Sinn, dass ich hier rumlaufen kann? Können auch mehr Geheimnisse in Ausschau halten. Wer stellt denn da oben eine Werbung auf? Da will ich hin. Und da oben hin. Hm. Wie konntet ihr eigentlich an irgendwelchen... Arbeitsauftrag. Wer sagt, die Rohrsysteme der Lost Hope machen wieder Mucken. Schau dir die übliche Stelle an. Wenn du noch mal da bist. Jemand hat sich ausgeschlossen hinter einer Tür. Hinter einer der Türen. Der Verschlossenen. Wenn du Bock auf eine Herausforderung hast, komm wieder her. Dann diskutieren wir zum hundertsten Mal über Kühlkörper. Oh. Wer ist hier hochgegangen um den Typen zu retten. Und ist dann irgendwie draufgegangen bei der ganzen Aktion. Oh. So. Hier war die Toilette neu. Wo führt mich dieser Weg jetzt hin? Allöchen. Oh. Taktische Schrotfländer. Schade hab ich schon. Oh, danke. Ja, aber diese Waffe, die wir jetzt bekommen haben. Nice. Endlich mal eine richtige Sniper. Ich denke, damit kann ich arbeiten. Da kann ich bestimmt auch den Schalldämpfer anmachen. Also, wenn wir gleich zurück bei der Groundbreaker sind. Hallo? Lost Hope Bar, Schlüsselkarte. Wir sind jetzt in der Bar. Ah, ich verstehe. Wenn wir das nächste Mal auf unserem Schiff sind, auf der Unreliable, dann wird erstmal geupgradet. Und dann werden wir auch ein paar Bits rein tun. Ich muss hier erstmal rauskommen. Ah, hier geht's in die Bar. Aber wo geht's hier denn? Ach, zum Koch. Ja, gut. Dann haben wir es geschafft. Äh, hallo? Ach, die hab ich umgebracht. Ach ja. Da war ja was. Ich vergaß, Leute. Ich vergaß. So, was mich aber jetzt interessiert ist, da oben. Wie kommen wir da hin? Ich glaube nicht, dass ich irgendwie einmal rum kann oder so, ne? Sublight. B&P, Borst und Beckbeam. Wenn du einen einen brauchst, dann ist Beckbeam der einzige. Hallo? Seid ihr die Schwarzmarkthändler? Sublight für Leben. Ja, was ist Sublight? Ich kann nicht, was Sublight ist, aber wir können die hoch. Hallo, Tobias Oyama. Willkommen zur Sublight Salvage und Schiffung. Ein legitimes Geschäft für legitimes Konsumenten. Du bist derjenige, der das Unreliesslichste fliegt? Ich bin Käpt'n Zero. Miss Lillia hat dich erwartet. Ich habe die Tür geschlossen. Oh, hier ist die da. Du bist also der Angestellte von der Sublight. Ich bin sicher. Ein paar Jahre vorhin haben sie mich auf einfachen Verkaufungen begonnen. Du weißt, dass die Lacken, die sie auf der Kargobase stellen, nicht wert ist. Diese Tage stehe ich die HQ und schaue nach Miss Lillia. Oh, Lillia, okay. Hallo, Lillia Hagen. Gefährliche Grenzen von Ophelia Suine. Es ist bemerkenswert, wie wir unsere Ressourcen den Sternen zuwenden, obwohl es noch so viele ungelöste Probleme auf der Erde gibt. Unsere fragile Spezies, der Weite des Kosmos auszusetzen, macht Siedler wie Spacers verwundbar für die Mysterien anderer Welten. Das Schicksal einer sich ausbreitenden Zivilisation könnte an einer einzigen Fehlerberechnung einer unbekannten Variable oder beliebiger außerweltlicher Katastrophen hängen. Waaghalsigkeit und Ungeduld sind womöglich feste Aspekte der Menschheit und nicht Fehler in unseren Genen, wie andere es behaupten. Naja, also wenn wir die menschliche Spezies sichern wollen, dann müssen wir eines Tages nochmal die Erde verlassen. Weil wenn die Erde hops geht, dann ist die menschliche Spezies auch hops. Und wer weiß, wenn wir das wirklich das einzige intelligente Leben überhaupt sind, dann wäre das ein bisschen tragisch. Ja, wäre es. Wer würde denn sonst dieses Spiel hier spielen? Ja, jetzt bin ich hier oben angekommen. Das bringt mich aber immer noch nicht meinem Ziel näher. Und zwar da hinten. Kann ich da irgendwie rauf? Ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich von unten. Na gut. So, bevor wir aber mit ihr reden... Werde beobachtet. Äh, würde ich sagen, mach ich hier mal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder. Oh, da bin ich wieder. Hey. So, wir wollten heute mit der kleinen Chefin hier reden. Hier konnten wir ja nicht rein, ne? Ich könnte es knacken. Aber die gucken mich alle auch an. Egal. Tun wir es mal nicht. Äh, mit der wollten wir quatschen, oder? So, du bist der neue Kapitän in der Stadt. Ich hatte es mir gedacht, dass du deinen Weg nach meinem Office machen würdest. Das schafft mir das Arbeit, dass du dich unterholt. Lillia Hagen, CEO und Executive Director of Aggressive Operations. Ich glaube, dass du schon über Sublight wissen kannst. Sonst hätte du nicht kommen können. Äh, wie? Noch nie von dir gehört. Nein, nein, nein. Mein Mann im Marketing ist jetzt über seine andere Hand verloren. Es ist schön, den unverliebten Schiff zu sehen. Ein nutzendes Schiff. Hawthorne war mein Kontraktiker. Ich habe ihn getötet, das leckige Boot von seinem. Ah, lässt Ada das bloß nicht hören. Hm, leider habe ich keinen. Könntest du mir vielleicht einen geben? Ähm, na gut. Ich gehe davon aus, dass Sublight nicht nur ein Bergungsunternehmen ist. Welche andere Sektoren verfolgt Sublight denn, abgesehen von Bergung und Versand? Ja, bürokratische Piraten sind das also, ja. Deine Worte, nicht meine. Na gut, ähm. Ja, sie ist ziemlich ehrlich über die Kriminelle Seite. Was wollte ich schon sagen? Sie sagt, hey, wir sind Arschlöcher, aber ich stehe dazu. Hey, beinahe mit dem C-Wort hier. Ich liebe Dinge über die Bord, und das Kind von Talk macht nur Probleme. Sublight occupiert einen legalen Blindspot. Niemand weiß, was wir tun, und das gibt unser kleines Business Freude. Aber wir lassen uns nicht Tempten. Na gut, und wie organisiert seid ihr? Sehr. Ich habe dieses Thema über Nummern in Spreadsheets, Grids in general. Ich denke, mich als die letzte honest Businesswoman in Halcyon, aber ich werde satteln, dass ich der meist organisierte . Das ist schön für dich. Ich sehe dich. Naja. Ich bin sicher, dass du nicht auf der Weg rausgeholt hast. Naja. Es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, hier weiterzukommen. Auf nicht ehrliche Weise. Ich will gar nicht zurückrennen. The Lost Hope. Nee. Waste Dispul, oh nein. Brauchen wir auch nicht. Wo war denn das nochmal? Engineering. Ich weiß ehrlich gesagt, nicht mehr, wo das war. Spaces choice. Ah, Rest and go. Da haben wir es doch. Vielleicht, vielleicht, hilft sie uns jetzt, wenn wir sagen, hey, du siehst auf unserer Seite. Wenn du hier bist, für dieses week's Magazine Club Meeting, du bist ein bisschen late. Ich wollte über diese Geschäftsgelegenheit mit dir sprechen. Ja, Dearie? Was soll ich nochmal erledigen? Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress signal I told you about came from. and ferret out some tasty corporate secrets for old Gladys. Shouldn't be too tough for a fellow like you, I think. Na gut, wir haben ja jetzt eine neue Waffe, ne? Anytime. Vielleicht können wir mit der neuen Waffe ein bisschen was reißen. haben wir jetzt echt alles gegeben. Und diese Waffe, die muss es einfach reißen. gut, dann wollen wir jetzt noch mal versuchen, wenn wir nichts zu verlieren aus unserem Leben. Der Typ da unten auf diesem Poster, der sieht genauso aus wie unser Professor, ne? Kann das sein? Haben die jetzt extra einen Film über ihn gemacht? Alles klar. So. Erstmal runter. Wenn wir hier die ersten Viecher sehen, könnten wir das echt schon genial. Könnten wir die Waffe nämlich ausprobieren. So, wir haben ein Visier. Einigermaßen stabil. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal... Nein, ich will da hinten zu dem Gebäude mit den Robotern eigentlich. Achso, nur die kleinen Viecher. Alles gut. Oder ich könnte auch einfach mal die Quests machen. Ein bisschen Erfahrung sammeln. Und dann später die restlichen Gebäude untersuchen. Okay, momentan kann ich hier einfach durchrennen, ne? Wieso läufst du rückwärts? Oh, oh. Aber die Waffe ist gut. Zumindest gegen menschliche Gegner. Hey! Hör auf dich zu bücken. Ist das eine Mine? Ah, 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 ah. Es tut mir so leid, aber... Ah, schön. Ah. Den haben wir richtig dran gekriegt. Da ist ein kleiner Hund! So ein Schalldämpfer wäre vielleicht nicht schlecht, aber... Ich weiß nicht, haben wir es getestet mit dem Schalldämpfer? Wollten wir die Waffe nicht noch upgraden? Ne, haben wir sogar gemacht. Ich glaube, Schalldämpfer ging nicht. Erstmal unsere Schätze einsammeln. Ich brauche das Geld. Wieso liegen hier zwei Hunde? Ist ja in eine Mine gerannt. Bewege dich nicht so schnell. Niemand hat mich erwischt. Oh. Die Waffe ist gut. Oh, da ist noch ein Hund. Da ist noch was. Oh. Er ist nicht tot. Wir haben kein Leben. Achso, wir kriegen ja Leben, wenn wir was töten. Bitte was? Die Leiche hat es abgewehrt. Ich fass es nicht. Der war doch am Leben? Wie war denn der noch am Leben? Der hat doch wie ein HP gehabt. Der kleine Cheater. Okay, und unser Ziel befindet sich da hinten. Können wir hier mal ganz kurz umsehen. Okay, ich höre kleine Viecher. Aber die sollen uns nicht stören. Ich werde den Bluten. Ich sehe die Mine. Plasma-Gewehr. Mr. Autsch. Nahkampfwaffen-Mod. Nahkampfwaffen-Mod. Ach, komm. Oh, ich glaube, ich habe gerade ein Viech getüchelt. Ah, das ist ein Raptidon. Ah, okay. Das klärt einiges hoch. Kriege ich den Kopf zu fassen? Ja. Wie cool. Attacke! Attacke! Hallo? Jungblut? Jeder einfach nur lebt. Okay, den habe ich nicht gesehen, aber dieses Leben wiederherstellen ist so geil. Ja, du mich auch, gut. Gib mir nur nicht dein Loot. Ich brauche das nicht, auch jeden Cent, den ich kriegen kann. Um legendäre Waffen zu kaufen, weil ich ein verdammter Sammler bin. Das macht Spiele immer besonders schwer, wenn man Sachen sammelt. Das kostet aber so viel Geld. Okay, wir könnten jetzt hier lang gehen und da hinten hin. Oh, guck mal. Rauch denn da und rauch deine. Du, auf jeden Fall nicht. Oh. Oh, das sind viele Ausrufezeichen. Die kommen gar nicht so weit, ne? Oh, ja. Oh, den Kopf habe ich gut erwischt. Junge. Ah, dieses Sniper, ne? Hui. Göttlich. Guckt es euch an. Bam. Ich liebe es zu Snipern. Snipern ist einfach das Geilste. Oh, guck mal. Das habe ich schon mal nicht gesehen. Irgendwie, was ist hier los? Oh. Da läuft irgendwas Kleines hin und her. Na ja, gehen wir erstmal zu unserer Quest. Können später den Rest hier untersuchen. Ich meine, wir werden da wahrscheinlich sowieso landen, Quest-mäßig. Säurereiniger. Was ist denn unsere Quest derzeit? Tagebuch. Die Sanitätsmaschine. Alles klar. Ja, Leute. Und das war es für heute. Mit dieser neuen Waffe im Schlepptau können wir es schaffen, in diesem neuen Gebiet zu überleben. Ich freue mich riesig. Und es wird, es wird im Laufe der Zeit noch besser werden. Freut euch drauf. Haut rein. Euer Serum. Tschüss. 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 Tschüss.